Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge vom Silvester 2015 auf der Community-Rennen und zwar fahren wir den Peugeot 908 HDI FAB auf Spa. Und das ist aus mehreren Gründen das letzte Rennen. Zum einen ist es auch das erste Rennen im neuen Jahr gewesen, zum anderen ist es da natürlich schon relativ spät, wenn man bedenkt, dass ich vorher, vor Beginn des Community-Renns eine halbe Stunde vorher erst aus Hamburg zurückgekommen bin und da war fünf Tage lang richtig hart Action angesagt. Und dementsprechend war ich auch müde und dementsprechend war meine, nicht nur meine Konzentration, mein Alles total weg. Und das wird man hier an zwei Stellen im Rennen sehen. Vielleicht an drei Stellen, wobei ich bei der ersten Stelle zumindest im Rennen mir keiner Schuld bewusst war. Und jetzt sehen wir erstmal diese tolle Startsequenz und wer mein extra Video dazu nicht gesehen hatte, sollte jetzt mal kurz auf GT vernachten. Der fliegt mal eben kurz da weg. Und wir sind erstaunlicherweise viel, viel mehr geworden, als wir noch beim letzten Rennen waren. Und das ist ganz cool, weil wir waren da schon im neuen Jahr und dann haben wir da diese Briten drin, die halt noch nicht im neuen Jahr waren. So. Da totales Chaos. Ich komme da irgendwie durch. Ich würde sagen, wir spulen nochmal zurück. Oh Gott. Wirklich bis hierhin zurückspulen. Leider kann man ja in GT nicht langsamer wiedergeben. Das ist sehr, sehr schade. Und leider macht er meine Aufnahmekarte auch nur 30 FPS, also kann ich da auch nicht mal eben so die Sachen langsamer machen. Wenn ich 30 FPS langsamer mache, dann wird das schon sehr schnell ruckeln. So, also nach der Urouge, in der Urouge wird totales Chaos ausbrechen. Und zwar ab hier. Der eine fliegt da rüber. So, dann drängt er mich ab. Ich da lang. Ich kann ihn doch so gerade eben abfangen. Dann wird der eine irgendwie hinten getroffen. Bugt noch in mich rein. Ich kann ihn abfangen. Mika kommt noch super an mir vorbei. Weil, weiß ich nicht. Also da habe ich weder jetzt noch im Rennen irgendwie einen Fehler bei mir gesehen. Das war einfach pures Chaos. Nicht mal induziert durch meine Aktion oder so. Ich glaube, die Ursache war der eine, der da quer durch Urouge durchgeflogen ist. So, erlaubt sind hier wieder Rennen weich. Und der Verbrauch ist auch relativ angemessen. Da kann man durchaus mitfahren. Mika dreht sich da hart weg. Und reagiert sehr gut. Sowohl was das Abfangen angeht, als auch das Ausweichen. Sodass ich da schön durchkomme. Traurigerweise wird im Zusammenhang mit unter anderem Mika mir das nicht gelingen. Okay, jetzt sehen wir erstmal, wie ich auf Position 4 hier unterwegs bin. Und mich langsam an GT5 ranfahre. Ganz vorne fährt ein Spanier namens Diam. GT5 fliegt da leicht ab. Und kriegt den Wagen nicht richtig auf der Strecke zurück. Und genau dieses Problem kenne ich. Aber hier bildet sich dann schon das Tag Team GT5 Mika. So, wir waren dabei, dass vorne Diam fährt. Dahinter die Mosha. Bild, ja da haben wir es. Auf den hole ich gerade ganz gut auf. Auch wenn ich da mein Hack verliere. Dahinter haben die beiden genannten Briten. Bei denen noch 2015 ist. Und da wird es dann nachher nochmal ein paar Ereignisse geben. Naja, und da wir jetzt im letzten Rennen des Markenrennen, Community Rennens sind. Ich sage jetzt noch ein, zwei Mal mehr Rennen. Rennen, Rennen, Rennen. Wäre es vielleicht mal sinnvoll zu besprechen, was da jetzt in Zukunft noch so kommt. Also. Natürlich habe ich wenig Zeit. Im Moment habe ich wenig Zeit. Und ich werde natürlich zur Prüfungsphase noch weniger Zeit haben. Aber. Auch wenn dann irgendwann die GT Sport Beta rauskommt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das Ganze so weiterzufahren, bis wir alle Markenrennenwagen durch haben. Ich habe ja eine Liste im Forum. Über alle 28 Wagen. Lokal bei mir habe ich diese Liste jetzt erweitert. Ich habe dort hingeschrieben, welche Wagen wir hier gefahren sind. Und dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, noch ein, zwei, drei weitere Community Rennen zu machen, wo wir die anderen Wagen von der Liste zufallsgeneriert fahren. Ich finde Magenrennen super interessant. Fliege da auch mal eben schnell ab. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich einfach zu viel. Und da kommt dann Kiano 4 von hinten. Auf der Innenseite nimmt sehr viel mehr Schwung mit. Und ja. Muss ich passieren lassen. Markenrennen super interessant. Da war jetzt eigentlich kein Rennen bei, bei dem es nicht auch irgendwelche interessanten Ausprägungen gab. Es ist total fair. Von den Wagen her. Von den Wagen her. Und ja. Macht mir mega Spaß. Und wenn ihr nicht zu viel dagegen habt, dann würde ich sowas in Kürze dann nochmal machen, wenn ich die Zeit dazu habe. Die Lobby hat ja auch gehalten, die zweite, als wir mit der ersten Probleme hatten und dann gewechselt haben, da war schon so, ja komm, muss nicht sein, ja, dass wir jetzt die ganze Zeit da die Probleme haben. Vielleicht brechen wir ab, aber dann, die zweite Lobby ging ja wunderbar. Von daher. So, und jetzt kommt der zweite Fehler, den ich mache. Und zwar ist es... In ihn reinfahren. Ich habe zu spät gebremst. Ich habe einfach viel zu spät gebremst. Ja, den Fehler sehe ich auch ein. Moment, gehen wir nochmal kurz zurück. Fehleranalyse. Ach komm, muss ich echt so weit zurück? Naja. Die Fehleranalyse ist ganz einfach zu treffen. Wir sind in einem Community-Rennen. Es ist spät. Ich bin nicht mega konzentriert. In der Meisterschaft würde ich sagen, wenn mir das nicht passiert. Einfach, weil ich da viel vorsichtiger unterwegs sein würde und weil ich Angst vor Strafen hätte. So, er zieht darüber, fliegt ab. Nicht meine Schuld. So, ich will ihm ausweichen, geht nicht. Und geht deswegen erst zu spät auf die Bremse. Deswegen bin ich ihm nochmal hinten reingefahren. Wäre vermeidbar gewesen, wenn ich direkt gebremst hätte, wenn er abgeflogen wäre. Im richtigen Rennsport wäre es natürlich so gewesen, dass ich voll auf die Bremse gegangen wäre. Ich möchte ja nicht sterben. Hier, im Community-Rennen, spät, nicht konzentriert. Ah komm, versuch's mal auszuweichen. Und es sah ja auch lange, lange Zeit so aus, als würde der sich weiter Mitte-Rechts drehen. Und auf einmal zieht er dann nach links rüber. Keine Ahnung, ob er die Bremse da gelöst hat oder was. Naja, ich möchte es auch nicht ihm die Schuld geben. Höchstens daran, dass er abgeflogen ist, denn das war irgendwie in dem Duell von den beiden. Da hat einer rübergezogen, den anderen weggeräumt. Das hätte nicht sein müssen. Noch weniger als das hinten reinfahren jetzt, was da passiert ist. So, und dann ist er dann nämlich auch rausgegangen. Hat geschrieben, boah, das ist ja voll unfair hier. Ich habe keine Ahnung, ob er mich meinte. Ja, wenn ja, kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Mein Move ist ganz klar verbesserungswürdig gewesen. Ähm, der Ursprung lag aber irgendwie an dem Duell zwischen den beiden. Wer da schuldet, ist keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ja, so, jetzt sind wir also nur noch zu 8. Und ich bin immer noch auf 3. Das läuft ja soweit ganz gut. Die Reifen halte ich auch ganz gut auf 9,9. Dafür, dass wir jetzt schon 6 Minuten im Rennen sind. Und ich eiskalt 15 minus 9 im Kopf gerechnet habe, anstatt rechts oben zu gucken. Mann, wäre das peinlich gewesen, wenn ich mich verrechnet hätte. Ja, und ich komme mit dem Wagen ganz gut klar. Normalerweise bin ich ja nicht so der LeMau-Freund. Diese Wagenklasse mag ich nicht so. Aber jetzt im Moment komme ich ganz gut damit klar. Und ich fahre mich jetzt wieder hinten ran. Und in der Zwischenzeit gehen wir mal auf Mika und GT-Fan. Und gucken uns mal die Statistiken an. Tja, keiner hatte die absolute Bestzeit. Die hatte dann wohl Kirno 4. Im ersten Sektor aktuell persönliche Bestzeit für Troftu eine Sekunde schneller als Timosha. Und da muss ich dann doch nochmal auf Troftu zurückgehen. Ach genau, da verpasse ich die Schikane. Gehe da natürlich vom Gas. Auch da können wir mal in die Statistik gucken. Verliere ich denn jetzt im zweiten Sektor entsprechend viel Zeit? Natürlich könnte ich das jetzt im zweiten Sektor wieder rausfahren. Der ist ja sehr, sehr lang. Aber in der Regel sollte ich da nicht schneller sein, als ich vorher war. Und die haben fährt dann eine 57 Sekunden persönliche Bestzeit. Was macht er in dieser Runde? Oh Gott. Langer, langer Sektor. So, und da ist er durch. 57. Timosha. 59,5. 59,1 Tropfte. Da habe ich dann doch nochmal ein bisschen was rausgeholt. Ich glaube nicht, dass ich durch die Schikanenabkürzung Zeit gewonnen habe. Da bin ich wirklich sehr lange vom Gas gegangen. So, da habe ich jetzt ein bisschen Blut geleckt. Ich komme ran. Ich komme super gut ran. Hälfte des Rennens ist vorbei. Er geht rein. Da wäre ich natürlich gerne reingegangen, ne? Aber jetzt bietet sich natürlich die Chance. Ich kann Gas geben, Gas geben und hoffentlich vorbeigehen. Und wir gucken in der Zwischenzeit mal bei Mika und GT-Fan zu. Beziehungsweise tun wir nicht, weil Mika nämlich reingeht und GT-Fan nicht und damit auch dieses Duell weg ist. Dann gucken wir doch beim führenden Troftu, der nur führt, weil er noch nicht in der Box war. Hier weiß ich wenigstens was passieren wird. Und zwar das, was man erwartet. Wir kommen in die Schikane. Das ist ja eigentlich keine Schikane, ne? Aber ich bin durchgekommen, das ist ganz gut. Und dann passiert das. Das hat Zeit gekostet ohne Ende. Und, ja, wenn man einmal so einen Fehler drin hat, dann kommen Folgefehler. Direkt die Kurve auch noch verschissen. Tja, das ist alles blöd. Der erste Sektor war gar nicht so schlecht mit einer 32-0. Da kann man durchaus mit leben. Zweite Sektor. Blöd. Dahinter ist gerade ganz interessant. Hier ist der eigentlich führende Dian. Und dahinter fährt GT-Fan. Und der Dian. Dian minus. Die Sektor-Zeit sagt uns, GT-Fan kommt da nicht mit. Er fährt zwar relativ schnell gerade die Runde. Persönliche Bestzeit und nochmal persönliche Bestzeit. Kommt aber nicht wirklich mit. Und wird vermutlich jetzt auch reingehen. Oh, da fliegt er fast ab. Ah, nicht ganz abgefangen. Ah, doch jetzt. Aber zu spät gebremst. Naja, Tropftu geht rein. GT-Fan geht rein. Trotz erwarten, dass wir beide reingehen. Und damit ist die ursprüngliche Konstellation wieder hergestellt. Ich habe es leider verspielt, ein Überholmanöver zu machen, ohne ein wirkliches Überholmanöver zu machen. Das ist sehr schade. So, GT-Fan ist jetzt drin. Und da kommt er leider schon vorbei. Und da ist er mir vorbei. 1-0 für ihn. Oder sie. Jetzt geht es für mich raus. Nichts hinter mir geht für GT-Fan raus. Der hier sogar voll auf die Box-Linie achtet. Jo. Und so geht es jetzt noch dreieinhalb Minuten weiter. Dion führt dahinter Marco, der wieder seinen Box-Linie-Stoppel relativ weit nach hinten schiebt. Seitdem für Reifen. 7-8 geht noch. Aber man sollte sich schon fragen, ob es sich lohnt, so spät erst zu wechseln. Denn die neuen Reifen, die muss ja auch erstmal eine Runde einfahren. Naja, da ist nicht so viel los. Gehen wir wieder zurück zu GT-Fan und Mika. Die fahren hier schön zu zweit. Man sieht auch schön, die haben gut auf Trofto aufgeholt. Und ich bleibe einfach mal auf GT-Fan. Ich glaube, da haben wir jetzt die beste Sicht. Leicht in der Wiederholungskamera. Ich glaube, da hinten anh Co. Da ist nicht so gut. Ich glaube, da ist nicht so. Ich glaube, da sind ein impert первorgrün米. Ich glaube, da sind eine Mustfüge, da sind nicht vorherr. Aber ich glaube, da sind ja hier idea. аны puntoargende klassischen College. Und es heißt nicht sovr, da ist nur zu gehen. Da ist nie ein supremacy macht abhängig. Also mal die Qi peut verlenorgen. schon schön zu sehen wie jeder so ein bisschen andere linie fährt mich da viel zu weit raus gekommen aber da hat man ja glücklicherweise sehr sehr viel auslauf zwungen ach ja genau an die szene erinnert mich da ist gtfn sehr spät an der bremse ich war relativ früh gtfn sehr spät da hatte ich schon ein bisschen angst weil er sich da so unfassbar nah ran gebremst hat aber er war dann doch ein bisschen zu spät und da war ich total dumm bremst auf dem gras an und fliegt da fast weg und man kann praktisch sagen wir haben jetzt eine dreiergruppe ja troftu gtfn mika relativ enge dreiergruppe an wie wir die wagen einfach mal reinwerfen in die rouge so jetzt setzt mika an an gtfn vorbeizugehen beide jetzt nebeneinander mika zieht rüber gtfn zieht wieder rüber und da ist mika weg ob er jetzt abgedrängt wird auf gras ich würde fast sagen hat einfach auf gras an gebremst so wie es jetzt gerade aussah in dem schnellen schnitt der kamera perspektiven und da ist das dreiergespann troftu mika gtfn ist nur noch eine zweiergruppe mika gtfn ja bleiben wir noch etwas auf den beiden und jetzt nutzen wir mal kurz die zeit dazu um das noch spannender zu machen machen wir alle anzeigen weg ich fliege weg so da kommen die beiden ja total dumm ich weiß ich dachte ich krieg den ich krieg die kurve viel viel enger viel enger aber dann kommt er einfach nicht rum ja ich hab voll eingelenkt und der kommt da nicht rum fahr deswegen noch in den beiden rein total dumme aktion nochmals so ich habe dafür natürlich direkt entschuldigt klar aber nochmals so wie dumme aktion so dann haben wir da jetzt gtfn mika troftu naja da endet das rennen jetzt gleich gucken wir uns die statistik zum ende schon mal an wir haben den spanier die haben der das ganze gewinnt mit einer besten runde von 201 und damit ne damit nicht die beste runde hat die hat mika mika hat die beste runde von denen die drin geblieben sind mit einer 201 5 gewonnen hat aber trotzdem diam dann timosha dann gtfn dann troftu weil mika mich dann noch mal vorbeigelassen hatte weil er mir gedacht hat ich habe ihn absichtlich vorbeigelassen nein das war nicht absichtlich das war einfach dumm von mir und dann auch noch dumm von mir in euch reingefahren also eigentlich mika dann troftu dann marco dann lag rübe racing und dann ist beat board das ist also das ergebnis des letzten rennens und aufgrund aufgrund dessen wie sich das rennen für mich dargestellt hat habe ich dann entschlossen nicht mehr weiter zu fahren und demnach war das dann auch das ende vom silvester community ran 2015 irgendwann wird es mal wieder sowas geben